Harry blickte zu seinem eigenen Helden hoch, der immer noch schmollte. Er seufzte und entschloss sich, es dieses Mal Draco selbst mit sich ausmachen zu lassen. »Was ist mit euch beiden?« fragte er Crabbe und Goyle. »Ging es euch gut?« Sie zuckten nur die Schultern und nickten. »Daphne hat sich um den Patronus gekümmert«, sagte Crabbe. »Und wir haben einige Todesser niedergestreckt«, sagte Goyle stolz. Blaze schnaubte. »Ja, sie haben vergessen, ihre Stäbe einzusetzen. Ein paar Todesser wollten durchbrechen, und Crabbe und Goyle haben sie einfach umgeworfen und so außer Gefecht gesetzt.« »Warum habt ihr eure Stäbe nicht eingesetzt?« fragte Harry, unsicher, ob er die Antwort hören wollte. Crabbe zuckte wieder mit der Schulter. »Es war einfacher, sie ohne Stab zu bekämpfen. Sie rannten direkt auf die Bäume zu, wo wir uns versteckt hatten, und wir sprangen einfach heraus, als der letzte durchgelaufen war.« Harry öffnete seinen Mund, um zu sagen, dass es in dem Fall viel einfacher gewesen wäre, die Todesser zu betäuben, »aber vielleicht war es für sie auf ihre Art einfacher. Was auch immer, es hatte geklappt.« »Gut gemacht.« Lohn für sein Lob war ein breites Grinsen, und Harry lächelte zurück. Die beiden bulligen Slytherins wuchsen ihm langsam ans Herz. Sie waren nicht so schlimm, wenn sie nicht gerade ihn verprügeln wollten. »Was ist mit allen anderen geschehen?« fragte er. Tonks war als Pansy unterwegs. Keine Ahnung, wie sie das geschafft hatte, aber während des Kampfes war sie großartig. »Danach allerdings stolperte sie ständig über die herumliegenden Todesser,« sagte Ginny. »Die meisten hatten die einen oder andere Verletzung,« fuhr Hermine fort. »Einige tödliche Kämpfe fanden auch statt. Wir haben Glück, dass keiner gestorben ist, jedenfalls nicht auf unserer Seite.« »Wurden Todesser getötet?« fragte Harry milde überrascht. Die anderen tauschten Blicke aus. »Greybeck war der Einzige, der direkt getötet wurde,« sagte Ron. »Hat Remus ihn getötet?« Ron schüttelte seinen Kopf. Harrys Augen wurden groß. »Bill hat ihn dann getötet?« »Nein,« antwortete Ron und schüttelte verwundert seinen Kopf. »Hast du sie denn kämpfen gesehen?« »Ja, aber ich hatte keine Zeit, herumzustehen und zuzusehen. Remus und Bill waren diejenigen, die mit ihm gekämpft hatten, und sie beide waren motiviert genug, um ihn zu töten.« Hermine fühlte sich unwohl. »Ich kann nicht fassen, dass du so ruhig über das Töten von Menschen reden kannst.« »Greybeck hat den Tod verdient,« sagte Draco barsch. Harry blickte scharf zu ihm auf. »Hat er dir etwas angetan?« »Wollte er wissen.« »Mir persönlich?« »Nein, aber er war böse. Er war der Typ, den sich die Menschen automatisch vorstellen, wenn sie an einen Todesser denken. Gemein, grausam, gnadenlos. Der dunkle Lord schätzte es, dass ihm ein Herz fehlte,« fügte er verbittert hinzu. »Und du hast ihn in Hogwarts reingelassen,« murrte Ron. Draco biss die Zähne zusammen. »Ich hatte nicht gewusst, dass er dabei sein würde. Ich habe einige dumme Fehler gemacht. Aber auch ich bin nicht so dumm, Greybeck absichtlich nach Hogwarts zu bringen. Ich bin froh, dass er tot ist.« »Wer hat ihn getötet?« fragte Harry schnell. Er wollte es wissen, aber er wollte die Unterhaltung auch von diesem Thema abbringen, bevor es zu Problemen kam. »Snape hat ihn getötet,« antwortete Hermine schaudernd. »Er war zorniger, als ich ihn jemals erlebt habe.« Harry tauschte mit Draco Blicke aus. Sie konnten sich vorstellen, wie Snape ausgesehen haben musste. Er war außer sich, als Voldemort dich gefangen hatte. Er … Nun, ich bin mir nicht sicher, was genau passiert war, aber offensichtlich hat er Bill und Lupin im Duell mit Greybeck ausgemacht gehabt und noch dazu einige andere Todesser, die in dem Kampf mitgemischt haben. Er konnte Voldemort nicht für dich töten, aber er konnte Greybeck für Lupin töten. »Er war fürchterlich, Kumpel,« sagte Ron. »Da bin ich mir sicher,« stimmte Harry abwesend zu und erinnerte sich an die Ereignisse auf dem Turm und brachte es mit der Beschreibung des Kampfes zusammen. »Das Zimmer war einige Minuten ruhig, bevor Hermine widersprach.« »Es gab einige wenige, die an ihren Verletzungen gestorben sind.« »Als du Voldemort getötet hast, gingen alle Todesser zu Boden.« »Die Schreie waren entsetzlich, so viele Menschen im Schmerz, aber es dauerte nicht lange, bis sie alle bewusstlos wurden.« Harry erinnerte sich an diesen Teil nur allzu genau. »Ich hatte nicht gewusst, was passiert.« Hermine blickte ihn mitfühlend an. »Ich weiß das. Es kam für uns alle unerwartet. Keiner wusste zuerst, was passiert war. Gerade wurde noch gekämpft, und dann brachen plötzlich alle Todesser zusammen. Und dann... Es war gruselig, weil danach nur Stille herrschte.« »Einige Sekunden lang,« erzählte Ginny weiter. »Es war unheimlich. Ich sah mich überall um, aber nichts gab einen Sinn. Ich konnte dich nicht sehen, auch nicht Voldemort. Ich wusste nicht, ob es sicher war, den Umhang abzunehmen. »Dann bröte Lupin deinen Namen,« sagte Hermine. »Ich konnte dich zuerst nicht sehen, aber er hatte dich gefunden. Du warst unter Draco gelegen, unter dem Umhang. Draco hat mein Leben gerettet. Ich schätze, Fred und George haben Dracos gerettet. Ohne den Umhang, da bin ich mir sicher, hätte keiner von uns überlebt. Ich war nur auf Voldemort konzentriert, ihn zu töten, aber er hatte mich gleichzeitig auch versucht zu töten. Ich sah den Blitz des Todesflures auf mich zukommen, aber Draco schubste mich aus dem Weg und... Danach kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern. Aber ich bin hier und Draco ist hier, also muss der Umhang den Fluch abgewehrt haben. Dracos Finger rieben zärtlich über seinen Nacken, bis Harry zu ihm hochblickte. Es ist egal, wo wir leben werden, oder? Wir sind beide am Leben, und das zählt. Wenn wir Voldemort überlebt haben, dann können wir sicherlich auch einen Ort finden, wo wir leben wollen. Keiner war sich am Anfang sicher, ob du überleben würdest oder nicht, sagte Hermine und schluckte schwer. Shacklebolt brüllte, dass Voldemort tot sei, aber wir wussten nicht, was euch beiden geschehen war. Und den Tod essern. Ich dachte, dass du tot wärst, Harry, sagte sie, und ihre Augen glänzten. Bin ich aber nicht. Es ist alles in Ordnung, Hermine. Hermine schniefte und nickte. Ginny erzählte die Geschichte weiter. Blaze und Fred waren in der Nähe und kamen gleichzeitig mit Lupin bei dir an. Ich schwöre, Fred und George haben sicherlich einen Ortungszauber auf den Umhang gelegt. Weil George anscheinend genau wusste, wohin wir gehen mussten. Entweder das, oder er ist viel enger mit Fred verbunden, als mir bewusst ist. Er griff meine Hand, und wir rannten los. Er schien ganz genau zu wissen, wo in dem ganzen Chaos du warst. Als wir dort ankamen, versuchte Lupin, dich wiederzubeleben, und Blaze und Fred versuchten Draco wiederzubeleben. Ihr beiden wart so blass, und ihr habt euch nicht bewegt. Lupin sagte, dass du leben würdest. Er hatte euch beide untersucht. Aber was auch immer er machte, ihr wart bewusstlos geblieben. Sie hielt inne, und Blaze erzählte weiter. – Lupin befahl Ginny und mir, dass wir euch durch das Verschwindekabinett zurück nach Hogwarts bringen sollten. Wir haben dich direkt zu Madame Pomfrey gebracht. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hatte, aber schließlich sagte sie, dass ihr beiden stabil seid. Lupin und die Zwillinge erschienen mit Snape, Lucius und Narcissa kurz nach uns, und sie kümmerte sich auch um sie. Ron und Neville und ich waren nahe bei Narcissa, aber Ron ging es nicht so gut, und Neville wusste nicht, was nicht mit ihr stimmte. Ich wusste, dass sie lebte, aber als George erschien und sagte, dass sie euch schon nach Hogwarts gebracht hatten, nahm er Narcissa und Neville und half mir mit Ron. Neville hielt sich gut, im Gegensatz zu mir. Ich kann mich kaum daran erinnern, wie wir nach Hogwarts gekommen waren. Sie holte tief Luft, um sich zu beruhigen. Alles war im Chaos. Plötzlich war alles vorüber, aber es gab so viele Verletzte, um die man sich kümmern musste. Und keiner wusste, warum die Todesser zusammengebrochen waren, so wie auch keiner wusste, ob sie wieder aufwachen würden. Das ist, glaube ich, auch der Grund, dass die Schwerverletzten schließlich gestorben sind. Sie waren keine Bedrohung mehr, und die Auroren hatten alle gefesselt. Der Orden und alle anderen waren dabei, unsere eigenen Leute zu verarzten. Alle haben ihr Bestes gegeben, sagte Ron. Ich weiß, aber... Es ist nicht deine Schuld, dass mein Vater auf der falschen Seite gekämpft hat, sagte Goy leise. Harrys Kopf schnellte zur Seite, um ihn anzugaffen. Dann blickte er zu Blaze. Warum hatte ihm Blaze nicht gesagt, dass Goyles Vater beim Kampf getötet worden war? Warum hat ihm überhaupt keiner etwas erzählt? Hermine sah genauso entsetzt aus. Sie hatte es offensichtlich auch nicht gewusst. Diese Neuigkeit wurde anscheinend geheim gehalten, jedenfalls bis jetzt. Sicherlich würde es nicht ewig verschwiegen werden können, aber Blaze hatte es Goyle überlassen, es zu erzählen oder zu verschweigen. Harry wusste, dass Craps Vater in der Mysteriumsabteilung am Ende des fünften Jahres dabei gewesen war und in Azkaban saß. Harry dachte an Crab und Goyle immer im Zweierpack, und irgendwie hatte er nicht daran gedacht, dass Goyles Vater kämpfen würde. Und jetzt war er tot. Es tut mir leid, sagte Harry. Ist auch nicht deine Schuld, sagte Goyle und zuckte unwohl mit den Schultern. Ich hatte schon immer angenommen, dass es so enden würde. Deswegen habe ich auch keinen Grund darin gesehen, in seine Fußstapfen zu treten. Er war aber dein Vater, brach es aufs Harry heraus, und er wünschte sich gleich darauf, dass er die Worte zurücknehmen könnte. Nicht alle Familien haben ein liebevolles Miteinander wie die Malfoys oder die Weasleys, sagte Blaze. Ich habe sieben Väter und ich kann nicht behaupten, dass ich einen von ihnen vermisse. Das stimmt also? Deine Mutter war siebenmal verheiratet? Blaze nickte nur. Irgendwie ist das ziemlich unheimlich, sagte Genie und lehnte sich vor, um ihren Freund in die Augen zu sehen. Blaze zuckte kommentarlos die Schultern. Ich sagte dir doch, dass er nichts für dich ist, schnappte Ron. Harry lehnte sich zurück und hielt sich aus Rons und Genies Diskussion heraus. Er hatte die gleiche Meinung wie Ron, wenn es um Blaze Mutter ging, und er kannte genauso die Gerüchte, auch wenn Blaze nicht seine Mutter ist. Goyle schien froh zu sein, dass sich das Interesse von ihm abgewandt hatte, und Harry fragte sich, ob das Blaze Absicht gewesen war. So komisch es auch war, jeder fühlte sich bei der gewohnten Zankerei wohl. So wie Harry wusste keiner mehr, zu Gold zu sagen, als er es getan hatte, und weitermachen war das Beste, was sie tun konnten. Harry, wie kannst du das zulassen? fragte Ron und wedelte wild in Richtung Genie und Blaze. Ich dachte, du magst Genie, aber dann... Nur... Dann überlässt du sie einfach Sabine. Auch wenn er sich heraushalten wollte, wurde er doch unwiderruflich mit hineingezogen. Er hatte keine Ahnung, wie er da wieder herauskommen sollte, ohne Ärger. Jeder starrte ihn erwartungsvoll an. Ich habe sie nicht Sabine gegeben. Aber fast. Du hast sie verkuppelt. Leider konnte Harry diesem Argument nicht widersprechen. Er und Draco hatten sie verkuppelt. Aber er hatte nicht gedacht, dass Ron das wusste. Ja, sieh mal, ich mag Genie. Also will ich sie glücklich sehen. Ich denke, sie und Sabine geben ein schönes Paar ab. Und schließlich sind sie es, die sich füreinander entschieden haben. Ich habe sie schließlich zu nichts gezwungen. Aber du kennst Sabine nicht. Woher willst du wissen, dass er sie gut behandeln wird? Du hast recht, ich kenne ihn nicht sehr gut, gab Harry zu. Ron blickte ihn triumphierend an. Aber Draco kennt ihn und ich vertraue Draco. Rons Gesicht fiel zusammen. Harry kam sich komisch vor, über sie zu sprechen, als ob sie nicht anwesend wären, aber trotzdem machte er weiter. Außerdem habe ich ihn ein wenig kennengelernt und ich mag ihn. Vertraust du ihm? Wollte Ron wissen. Gut genug. Ich traue sicherlich Genie zu, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Sie ist ein kluges Mädchen. Sie weiß, was sie tut. Sie geht mit einem Slytherin, rief Ron. Harry hob eine Braue und Ron ließ seine Schultern hängen. Ja, ich weiß schon, so wie du. Ihr seid beide verrückt. Nee, wir haben nur eine sehr abenteuerlich ausgeprägte Ader, sagte Harry grinsen. Besser ihr als ich. Ich bleibe bei Hermine hängen. Ich glaube, mir gefällt es nicht, wie du das sagst, meinte Hermine. Rons Augen weiteten sich. Ich habe gar nichts damit sagen wollen. Ich habe nur gemeint, besser sie als ich. Ist Granger dann besser als Draco und ich? fragte Blaze. Ja, antwortete Ron prompt. Er blickte zu Genie, dann zu Harry. Äh, nein, heilige Scheiße, ich komme hier nicht mehr raus. Ron ließ sich in eine Ecke fallen. Hermine sah immer noch etwas angriffslustig aus, aber auch sie lachte und schüttelte ihren Kopf über ihn. Was soll ich nur mit dir machen? fragte sie liebevoll belustigt. Ron lächelte sie verlegen an und sie belohnte ihn mit einem kleinen Kuss. Die Gruppe unterhielt sich weiterhin, auch wenn es ziemlich anstrengend war. Aufgrund der schwierigen Themen und ihrer entsetzlichen Vergangenheit war es nicht einfach. Harry war froh, die Atmosphäre ein wenig aufzulockern, als Victoria Aufmerksamkeit einforderte, da sie schon lange für Morgennickerchen bereit war. Er windelte und fütterte sie und ignorierte Hermines resignierten Blick, als er Winky bat, ihm die benötigten Utensilien zu bringen. Dafür musste er sich von seinem Platz vor Draco keinen Millimeter rühren. »Geh zu Draco«, zischte Harry zu Lyssa, als er Victoria an seine Brust hob. »Du wirst dich bei ihm wohlfühlen. Vergiss aber nicht, silbern zu werden«, fügte er hinzu. »Ich verstehe immer noch nicht, warum er Angst vor der Farbe Gelb hat«, zischte Lyssa zurück, aber sie folgte und änderte ihre Farbe, als sie Dracos Bein hochkroch. Harry kicherte. »Er hat keine Angst vor Gelb. Er mag es nur nicht. Er mag dich«, versicherte er ihr. »Meiß, das Freund ist sehr komisch, aber er hat das gute Junge geboren«, antwortete Lyssa. Harry ließ ein lautes Prusten los und erschreckte die arme Victoria. Er murmelte ihr zu, rieb tröstend ihren Rücken und sie beruhigte sich beinahe sofort. »Hat mich deine verdammte Schlange wieder beleidigt?«, fragte Draco. »Ähm, nein«, sagte Harry und machte eine Frage daraus. »Harry«, warnte Draco. Harry grinste. »Sie glaubt, dass du vor der Farbe Gelb Angst hast, und sie denkt, dass du ein gutes Junges geboren hast.« Die anderen schlugen sich ihre Hände über ihre Münder, um ihr Lachen abzuschwächen, und Victoria nicht wieder zu erschrecken. Harry war sich sicher, dass Draco ihn auf seinen Hinterkopf starrte. »Ich habe keine Angst vor Gelb«, erwiderte Draco heftig. »Das habe ich ihr auch gesagt. Ich denke allerdings nicht, dass sie mir glaubt. Du bist zu ihr immer netter, wenn sie silbern ist.« »Bin ich nicht«, protestierte Draco, aber er klang, als ob er an seinen eigenen Worten zweifelte. Harry rutschte zur Seite, so dass er seinen Kopf gegen Dracos Bein lehnen konnte. »Ich fürchte doch, Draco.« »Du magst die Hufflepuffs überhaupt nicht, oder?« fragte Ron Draco und klang ziemlich neugierig. »Nicht alle sind schlecht«, antwortete Draco, und seine Stimme war immer noch voller Zweifel. »Ich habe doch Diggory während des Tremagischen Turniers unterstützt, oder nicht? Er war ein Hufflepuff.« »Er kämpfte gegen Harry.« »Du hättest wahrscheinlich eher Ron zugejubelt, als Harry zu unterstützen.« Draco ließ einen gepressten Laut hören, und Harry wünschte sich, er könnte Dracos Gesicht sehen, aber er wollte Victoria nicht stören. »Wahrscheinlich hätte er einfach Winky fragen sollen, ob sie sie zurück ins Kinderzimmer hätte bringen können, aber er wollte sie nicht loslassen.« »Heilige Scheiße, du hättest eher mich unterstützt als Harry?« sagte Ron mit großen Augen. »Er war Potter. Was erwartest du?« »Äh, er ist immer noch Potter«, wies ihn Ginny hilfreich hin und grinste dabei frech. »Ja, aber er ist nicht mehr der kleine, mickrige Junge von damals«, sagte Draco, und ignorierte alle anderen Punkte, die eine Rolle gespielt hatten und beschränkte sich nur auf die körperlichen Merkmale. Diggory andererseits, der war heiß. Harry spürte, wie seine Kinnlade fiel. Sicherlich passte sein Gesichtsausdruck zu den seiner Freunde. Blaze jedoch sah nicht im geringsten überrascht aus. Sein Grinsen passte wahrscheinlich zudem auf Dracos Gesicht. Ginny erholte sich schnell. »Er war ziemlich heiß. Nicht unbedingt ein Typ, aber trotzdem.« »Weißt du, Wislette, ich finde es ziemlich verstörend, dass wir den gleichen Geschmack, was Männer angeht, haben.« »Du warst aber nicht mit Sabini zusammen, oder? Das käme ganz schlecht.« »Wir waren nicht zusammen. Aber warum wäre das ganz schlecht?« »Weil Harry schon mit Ginny zusammen war. Und dann hättet ihr nur eure Partner getauscht. Und dann hast du das gegenteilige Geschlecht. Oder das Gleiche. Und Ginny hat schon etwas mit Malfoy gemeinsam. Und für sie wäre es das Gleiche, wie ihn zu teilen. Das käme einfach schlecht.« Veränderte Ron, verschränkte seine Arme vor seiner Brust und sah verwirrt aus. »Wir teilen uns Harry nicht. Er gehört mir. Warum glaubst du, habe ich Wislette Blaze gegeben?« Hermine erhielt Ginny's Aufmerksamkeit. »Wenn er Besitz ergreifen wird, dann scheinst du den Namen nicht zu hören, oder? Irgendwie ist das auch süß.« Grinsend nickte Ginny ihre Bestätigung. Harry konnte sich das Entsetzen, welches auf Dracos Gesicht jetzt abzeichnen würde, nur vorstellen. »Malfoy ist süß, wenn er Leuten Spitznamen gibt,« rieb Ron aus. »Nur, wenn er mit Ginny spricht.« »Bei ihr ist es eine Warnung. Bleib Harry fern. Wenn er dir einen Spitznamen gibt, dann ist es einfach eine Beleidigung.« »War ja klar,« sagte Ron und war nicht weniger verwirrt. »Ärgere dich nicht, es herauszufinden, Ron,« sagte Ginny und verdrehte ihre Augen. Harry senkte seinen Kopf, um sein Grinsen zu verbergen. Dracos Finger waren auf einmal wieder da und kämmten durch seine Haare, und Blaze zog Ginny näher an sich. Er wusste, dass er glücklich war, dort, wo er war, und Ginny sah genauso zufrieden aus. Besitzansprüche in kleinen Dosen waren nicht übel. Er war ziemlich erleichtert, dass Blaze das Gespräch nicht falsch verstanden hatte. Draco hatte Harrys und Ginny's Vergangenheit akzeptiert, und er anscheinend auch. »Harry?« sprach Hermine seinen Namen zögerlich aus. »Was?« fragte er und hob seinen Kopf, um sie argwöhnisch anzublicken. Dieser Klang in ihrer Stimme ließ gewöhnlich nichts Gutes bedeuten, egal welches Thema jetzt folgen würde. »Ich hatte gehofft, dass Ron und ich mit dir reden könnten. Unter sechs Augen.« »Ich fühle mich gerade wohl. Victoria schläft.« »Ich weiß, aber es ist wichtig.« Harry sah sie stirnrund sein an und fragte sich, was sie ihm wohl zu sagen hätten. Ihr Gesichtsausdruck deutete darauf hin, dass es etwas Ernstes sein musste. »Ja, sicher. Gib mir eine Minute.« »Ich nehme Victoria«, ruht Draco an. Harry hob sie vorsichtig in Dracos Arme und ging dann auf die andere Seite des Zimmers zu Ron und Hermine. Er baute den Severus-sicheren Stilzaber auf, bevor sie sprachen. »Also, worüber wolltet ihr reden?«